Musik Über 500 Personen waren gestern dabei am öffentlichen Vortrag im KK Thun und haben einen Vortrag von Dr. Johannes Hartl gehört. Am Nachmittag waren bereits zwei Seminare für Geschäftsleute. Es war schon ziemlich was los. Und heute jetzt in diesem Talk hier im Fontys Shop in Thun werden wir noch einmal ein bisschen nachfassen, auch ein bisschen Fazit ziehen und vor allem dann auch natürlich ein bisschen noch mehr versuchen, Johannes kennenzulernen. Auch wie kommt er immer zu all diesen vielen Ideen, zu diesen Videos, ein bisschen auch behind the scene. Würde mich interessieren. Also herzlich willkommen, Johannes. Hi, hallo. Bereits wieder frisch und am Start. Mittelfrisch. Mittelfrisch, okay, alles klar. Ja, kurz Fazit zum gestrigen Tag. Wie hast du es erlebt? Ich fand es total wunderbar überhaupt. Ich genieße jede öffentliche Veranstaltung nach Covid. Also überhaupt wieder 500 Leute in einem Haufen. War toll. Ich liebe es, vor so Führungskräften zu sprechen. Das hat nochmal eine besondere Dynamik. Aber dann am Abend war es einfach so toll. Man konnte den Stecknadel fallen hören. Ja, stimmt. Ja, und was war so inhaltlich? Also das Thema war ja Lust auf Zukunft. Und was war so dein Ziel jetzt, was du den Schweizerinnen und Schweizer so sagen wolltest? Ja, wir leben in einer zunehmend angstgesteuerten Kultur. Das betrifft sogar die junge Generation, die so sagt, hey, Zukunft, das wird alles schlecht. Und Kinder kriegen ist auch nicht mehr gut. Und wir haben einen klaren Blick auf die möglichen Zukunftsszenarien, die negativ sind über AI oder Klimawandel. Aber uns fehlt zunehmend eine Perspektive der Hoffnung. Und es ging um diese Hoffnung, auch in Unterscheidung zu blödem, naiven Optimismus. Und das geht es nicht. Dann verleugnen wir Probleme. Aber es geht um eine Haltung der positiven Zukunftszugewandtheit, die auch dann ins Gestalten kommt und nicht nur in der Angst erstarrt. Genau. Und so der Weg dorthin war ja auch gestern in deinem Referat auch über das Negative eigentlich, was von der Gesellschaft kommt. Also auch diese Hoffnungslosigkeit. Du hast sogar gesprochen von einem Flirt mit dem Tod oder mit den Gästen und so weiter. Was steckt dort drin? Ja, das ist natürlich mein Urteil oder meine Analyse, dass wenn ich sage, Zukunft wird nur schlecht und sie ist vielleicht sogar so bedrohlich, dass es nicht mal okay mehr sei, Kinder in die Welt zu setzen. Oder der Mensch ist so das Krebsgeschwür des Planeten. Also der Planet ist gut und die Menschen sind schlecht. Ist das im Letzten die Aussage, dass menschliches Leben gar nicht erstrebenswert ist? Und das klingt auf den ersten Blick so wie naturwissenschaftlich, aber beim genaueren Blick ist es ja, ist es wirklich eine schreckliche Aussage. Es ist tatsächlich ein Flirt mit dem Nichts, ein Flirt mit dem Tod. Und jetzt hast du eben dann auch das Gegenmittel natürlich aufgezeigt und was sind das für Wege, wie man ein, sagen wir mal, Hoffnungsmensch sein kann oder was da in diese Richtung geht? Ja, es gibt persönliche negative Erfahrungen aus der Vergangenheit, die einen wie zurückkatapultieren können in eine Situation der Lähmung und der Angststarre. Das kennt jeder Mensch. Und wenn wir jetzt in so einer vernetzten Zeit leben, wie wir es nun mal tun, wo praktisch die digitalisierte Aufmerksamkeitsökonomie, also der ganze Betrieb im Internet davon lebt, dass wir Angst bekommen, dann verstärkt das eine sich mit dem anderen. Das heißt, wir brauchen eine Doppelstrategie. Wir brauchen einerseits einen gesunden und vielleicht gesunderen Umgang mit Medien, auch auszuwählen, wie viel ziehe ich mir rein. Wir brauchen zweitens eine gute Selbstführung im Umgang mit unseren eigenen wunden Punkten. Da habe ich gestern ein bisschen so aufgezeigt, es wurde fast therapeutisch. Also wie kannst du damit umgehen, wenn du selber erlebst, da ist ein Element von Verzweiflung oder von Ohnmacht oder von Angstgefühlen, die in dir drin sind, die immer mal wieder so hochspringen. Das kennt ja jeder. Wie kann man dann gesund damit umgehen? Genau. Und ich habe natürlich dann noch ein bisschen das Gespräch gesucht, auch mit einigen Besuchen da gestern. Und jemand, der da auf mich zukam, war der Joel Kroh aus Oftringen im Kanton Aargau, junger Mann. Der sagte, er übe sich eigentlich ständig in der Tugend der Hoffnung, er sei da irgendwie schon gut unterwegs. Aber was er sich so frage, und das soll ich doch gerne noch nachreichen, diese Frage dann heute, ist, wie man diese Energie dann, diese PS sozusagen auf den Boden bringt. Also wie kann ich das konkret jetzt, ja, wie kann das Gestalt annehmen? Durch Schritte der Selbstführung und der Disziplin. Also PS nicht auf die Straße zu bringen, bedeutet, dass ich an irgendeiner Stelle praktisch eine Kluft habe zwischen meinen Vorsätzen und meiner Performance. Man kann das auch mit einem Coach oder mit jemand anderem zu zweit machen, aber es ist eigentlich die Kunst, die großen, tollen Ideen runterzubrechen in kleine, machbare Ziele. Und Ziele sind einzelne Schritte, die man überprüfen kann. Also die Frage ist, also wegen meiner, ich habe jetzt vor, ich will ein sportlicherer Mensch werden. Da kann ich so viele Bücher über Sport lesen, wie ich will. Und mein Kopf kann sportlich sein, das bringt mir gar nichts, wenn ich nicht anfange. Wenn du mich fragst, Janis, wie willst du sportlicher werden? Und ich sage, mein ganzes Denken ist schon sportlich. Dann ist es irgendwie sehr komisch. Ich muss sagen, hier zweimal die Woche Dienstag und Donnerstag gehe ich jeweils eine Stunde hier ins Gym oder ich gehe joggen. Das heißt, mach deine großen Vorsätze zu einzelnen, messbaren, machbaren Zielen, die in deinem Wochenplan vorkommen. Und such dir einen Partner, der dich an der Stelle ein bisschen challenged, der dir am Ende der Woche die unangenehme Frage stellt, und warst du zweimal joggen? Ja, kann man auch so zu zweit machen, so ein Peer-Coaching. Der eine sagt vielleicht, er will irgendwie weniger Kaffee trinken oder weniger Zucker essen oder will morgens früh aufstehen und der andere will joggen gehen. Da kann man sich fragen, und wie ging es dir mit deinen Zielen? Und allein dadurch, dass man Ziele klar definiert und das also aufschreibt und zweitens einen Sparing-Partner hat, allein dadurch steigert die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Ziel erreicht, schon um 50 oder 60 Prozent. Was ich auch sehr cool fand in einem Vortrag, den ich neulich angeschaut habe, da hast du gesprochen von dem Interessenbereich einerseits, also was alles interessiert mich eigentlich und wo habe ich aber dann den Bereich, wo ich wirklich Einfluss ausübe? Genau. Ich glaube, die Unterscheidung ist von Steve Covey. Also wenn du dir ein großes Blatt Papier vorstellst und da sind alle Themen drauf, die dich interessieren, also da interessiert dich wegen meiner Donald Trump oder seltene Vogelarten in Australien und was deine Nachbarin sagt und so, alle deine Interessensbereiche, dann gibt es einen Teil von diesen Interessensbereichen, die dein Einflussbereich sind. Also das, was du wirklich verändern kannst. Du kannst nicht direkt die Vögel in Australien verändern und wer nächster US-Präsident wird, auch nicht. Aber es gibt manche Sachen, die kannst du verändern. Zum Beispiel, wann du aufstehst, was du mit deinen Worten machst, wofür du dein Geld ausgibst. Das ist ein kleinerer Bereich. Meine Theorie ist, wenn wir uns fokussieren auf Dinge außerhalb unseres Einflussbereiches, dann werden wir, oder das sind nicht meine Theorie, die von Steve Covey, dann werden wir uns nirgendwo hinbewegen. Dann reden wir den ganzen Tag drüber, ja, ich hoffe, der wird Präsident, ich hoffe, der andere wird Präsident. Ja, kann man ganz, du kannst den ganzen Tag drüber nachdenken, du wirst nichts verändern. Und wenn du dich dagegen fokussierst auf deinen Einflussbereich, also was kann ich verändern, dann wächst deine Selbstwirksamkeit. Und das ist ja auch bei Problemen, wenn ich sage, in der Arbeit ist es so Mist, in der Arbeit ist es so blöd, weil der Chef ist so blöd. Du kannst den ganzen Tag über den Chef reden und du kannst den Chef nicht verändern. Und dann kannst du überlegen, welchen Teil kannst du verändern oder in meiner Ehe oder in meiner Beziehung oder in meinem Verhältnis mit meinen Kindern. Und wenn du dich fokussierst auf deinen Einflussbereich, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du was verändern kannst. Das ist nicht garantiert, weil wir können nicht alles verändern, aber nur unseren Einflussbereich überhaupt können wir beeinflussen. Deswegen der Name. Und jetzt hier wissen wir, wo die Quelle ist. Okay, der Kavi hast du Bezug genommen jetzt bei diesem Beispiel, aber sehr viele dieser Konzepte, die entwickelst du ja stark auch selbst dann. Und ich weiss nicht, fallen die dir ein bisschen so in den Schoß manchmal oder hast du da so Geistesblätze oder wie kommt das so zustande? Das ist ein Mix. Also ich glaube mir schon auch viel, ich bin auch Jäger und Sammler. Also ich lese sehr viel und dann ist es aber ein innerer Verdauungsprozess. Also was ich nicht machen kann, ist einfach nur, weil ich irgendwas gelesen habe, das Reproduzieren. Dann merke ich, dann ist es nicht echt, sondern das ist so wie, ich nehme ganz viel auf und denke drüber nach und dann wird es irgendwie meins. Und dann auf einmal merke ich, das ist fast wie ein Gebärprozess, auf einmal ist es dann da. Also ich setze mich nicht hin und grüble, was könnte ich da mir einfallen lassen, sondern ich verbringe relativ viel Zeit in der Stille, auch im Gebet. Und ich merke, dass Gedanken, die aus der Stille kommen und aus dem Gebet kommen, die haben eine andere Substanz. Und es sind dann trotzdem oft auch Sachen, die ich auch schon woanders gehört habe, das ist nicht alles irgendwie von mir und so. Und manchmal sind es aber auch ganz neue Sachen. Und so wird dann so ein neuer Gedanke draus. Wie ich schon gesagt habe, ich möchte ein bisschen noch Behind-the-Scene gehen. Also was sind so die Wege, die der Johannes wählt auch und die Entscheidungen, wie er die trifft. Jetzt zum Beispiel beim jüngsten Video, das ich gestern Abend auf der Fahrt noch angeschaut habe. Rammstein und Sex und Partys. Also das Neue, total aktuell, überall Social Media ist voll davon. Diese Debatte in Deutschland, aber auch bei uns läuft die ja genauso. Was hat dich jetzt dazu gebracht, hier zu sagen, ja da gebe ich meinen Senf dazu? Also das war nur der Anlass, über ein generelles Thema zu sprechen, über das ich seit längerem nachdenke. Und zwar, dass die sexuelle Revolution einfach wie alle Entwicklungen in der Gesellschaft auch Gewinner und Verlierer hat. Und ich mag eigentlich gerne über das Thema Sexualität nicht so sehr vom Moralischen her zu sprechen. Also so, das darfst du nicht und du solltest und schäm dich doch und so. Weil Sexualität ist für jeden Menschen ein Thema. Keiner hat da kein Thema. Sei es durch Verletzungen oder sei es, dass man halt, weiß ich nicht, in was drin hängt, was man lieber nicht drin hängen würde und so weiter. Aber Sexualität ist halt trotzdem ein Thema, das viel mit uns im Herzen und auch mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Und mich hat eben diese Herangehensweise fasziniert. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von einer eigentlich linken Feministin, Louise Perry. Das Buch heißt The Case Against the Sexual Revolution, also praktisch der Fall oder sexuelle Revolution auf dem Prüfstand sozusagen. Und die sagt, aus einer linken Perspektive heraus, also die ja schaut, wo wird was kapitalisiert, also wo werden Leute ausgebeutet und wo wird was für Geld praktisch vermarktet. Wo aber Machtdiskurse dahinterstehen. Das wäre ja so eine linke Theorie. Diese Brille wendet sie an auf die sexuelle Revolution und sagt, was die unter anderem auch gemacht hat, ist, sie hat eigentlich dazu geführt, dass halt Frauen sich einer bestimmten Erwartungshaltung bestimmter Männer anpassen. Also praktisch, wenn ich ein Tinder-Profil aufmache, kann er unterschiedliche Ambitionen haben, aber letztendlich vermarkte ich mich wie eine Ware. Und das kann man machen, wenn man das gerne möchte. Das ist nicht meine moralische Kritik jetzt daran, aber ein gesellschaftspolitischer müsste anerkennen, dass sowas auch Verlierer hat. Nämlich jene, die sich nicht so gut vermarkten können, weil sie eben nicht so hübsch oder nicht so jung sind und jene, die höhere Folgekosten von sowas haben. Und Louise Perry sagt, besonders hohe Folgekosten daran haben generell Frauen, mehr als Männer und besonders nochmal Frauen aus sozial schwächeren Milieus, werden komplett zu Opfern dieser Entwicklung. Das ist eine größere Theorie, aber ich denke seit, weiß ich nicht, seit ein paar Jahren irgendwie über dieses Thema nach, dass es eben an der sexuellen Revolution auch eine genuin politisch linke Kritik gibt. Und dieses Rammstein-Thema, das hat für mich danach geschrien, es auch von der Seite her zu beleuchten. Dass wir das natürlich schrecklich finden, wenn in so einer After-Show-Party junge Mädchen in eine Situation gebracht werden, die wirklich unmöglich ist, wo ich nie wollen würde, dass meine Tochter dahin kommt. Aber das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisberges, wenn wir eine riesengroße Porno-Industrie haben, die genau sowas ständig zeigt und die weitgehend unkontrolliert für Jungs und natürlich auch für Mädchen ab jüngsten Jahren eigentlich Tag und Nacht nur wenige Klicks entfernt ist. Und das ist das eigentliche Problem, das ist der Elefant im Raum. Ja, genau. Wow, das war jetzt auch ein schöner Teaser schon auf dieses neuste Video, also das kann man abrufen mit ganz vielen anderen hunderten Videos. Wie viele sind das wohl bis jetzt schon? Hast du da, führst du da ein wenig Buch? Ja, ich habe ja noch so einen Kanal nur für Kanalmitglieder, was denn auch was kostet. Das sind nochmal 60 oder 70 eigene und offen im Netz sind auch mindestens 70 oder 70. Das sind schon viele, ja. Ja. Gibt es auch den Moment, dass du denkst, auch diesen Vortrag, den würde ich eigentlich lieber wieder zurückrufen oder der Erkenntnisstand, der entwickelt sich ja auch weiter, oder? Dass man denkt oder dass man tatsächlich einen nochmal neu macht? Absolut, habe ich schon wiederholt gemacht. Genau. Es ist selten so, dass ich sagen würde, das war völliger Quatsch, sehe ich ganz anders, aber oft, wie ich merke, die Formulierung ist aus der Zeit gefallen oder es ist nicht, ich setze zu viel voraus oder es ist praktisch. Ich mache auch meine ganzen jüngeren Videos für ein viel breiteres Publikum. Ich habe früher viel expliziter praktisch zu einem christlichen Publikum gesprochen und jetzt spreche ich eigentlich zu Menschen, egal ob sie einen religiösen Background haben oder nicht. Und das verändert natürlich die Art und Weise, wie ich Sachen formuliere. Genau. Ja, und das Spannende ist ja, du schaust eben auch nicht diese heißen Themen wie jetzt Rammstein oder Jumps da rein in irgendwelche Settings. Neulich warst du auch in der Schweiz zu Gast bei Sternstunde Religion. Genau. Schweizer Fernsehen. Und das war ja auch ziemlich eine Herausforderung, auch wie die Fragestellung dort drin war. Aber wie hast du dich da jetzt zum Beispiel vorbereitet? Also genau das Problem bis hin bei der Sendung war, dass dieser letzte Teil, wo es jetzt irgendwie auf einmal da um so Ehe für alle oder so ging, hatte für mich halt überhaupt keinen Bezug zu dem Rest der Sendung. Und deswegen hat für mich so geklungen wie, muss ich jetzt irgendwie unterschreiben, dass ich einer von den Guten bin oder so? Also das habe ich nicht verstanden. Und ich habe dann signalisiert zu sagen, das ist irgendwie gar keins meiner Themen. Aber dann kam es, also fand ich einfach weird, so neudeutsch gesagt. Und sonst, wie ich mich vorbereitet habe, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so stark vorbereitet, weil ich auch überhaupt nicht wusste, was für Fragen kommen. Ich fand das Gespräch über weitere Strecken hinweg auch ganz gut und das Ende hätte für mich auch ein bisschen kürzer ausfallen können. Aber es ist ja okay, wenn man öffentlich spricht, muss man auch kritische Hinterfragungen zulassen. Das ist ja logisch. Und schaust du grundsätzlich deine Videos später nochmals an? Ja, das tue ich schon, weil man oft dabei viel lernt. Also es ist auch sehr, wie soll ich sagen, manchmal demütigend, wenn man sich denkt, wie oft sage ich dieses blöde Wort? Ich habe immer wieder so Worte wie eigentlich. Ich sage, also jetzt nicht mehr so oft, aber eigentlich. Und das kann man sich dann abgewöhnen. Aber es ist auch lustig, in meinem Kontext im Gebetshaus, unsere Studenten von der Flame Academy, das ist immer so ein einjähriges Programm, so eine Jüngerschaftsschule, die machen am Schluss immer so ein Kabarett und da werde ich jedes Mal auch aufs Korn genommen und dann stellen sie eine Flipchart auf und irgendwelche Blümchen-Sackos und irgendjemand fasst sich dann ständig an die Brille und sagt, zutiefst und im Letzten geht es um diese drei Punkte. Und also ich lache dann immer sehr und weiß dann auch wieder, was meine Macken so sind. Und wenn man sich selber ein Video anschaut, dann kann man das vielleicht vorher schon abfragen. Absolut, ja. Also diese Themen interessieren mich natürlich auch ein bisschen, ja, weil ich selbst dann ja mit dieser Situation auch zu tun habe jetzt, immer mehr mit diesen Videos, aber natürlich andere Zahlen bei unserer Reichweite, die wir haben. Aber trotzdem nehme ich das mega Wunder auch, schaut deine Frau die Videos auch? Ja, ja, und die gibt mir auch Feedback. Und meine Frau gibt mir sehr gutes Feedback. Also auch, sagt man auch, was sie nicht gut findet, sehr offen. Ja, super. Aber sagt man auch, was sie gut findet, zum Glück. Aber beides. Ich habe nun mal gehört, als Person, die stark in der Öffentlichkeit steht, also es war in einem anderen Buch von Daniel Zindl, der sagte, eigentlich fällt es mir manchmal leichter, im öffentlichen Setting über Herzthemen zu sprechen und so Tiefe. Das ist auch ein bisschen eine Entlarvung der Männlichkeit, habe ich dann gemerkt, auch bei mir, als wenn ich mit meiner Frau spreche direkt oder mit den Kindern. Kennst du das auch? Das geht mir nicht so. Geht dir nicht so? Nein, ich merke eher, jede Bühne und jede Kamera schafft für mich trotzdem ein bisschen eine Distanz. Also ich glaube, ich bin im direkten Gespräch eher nahbarer und wärmer und wirke manchmal im Video auf der Bühne so ein bisschen kühler oder arroganter. Ja, das bin ich bestimmt trotzdem. Aber im Vier-Augen-Gespräch ist es für mich eigentlich leichter, noch offener zu sprechen. Vermutlich ein Thema, das recht individuell sein kann. Ja, genau. Okay, noch Thema Umgang mit Ruhm oder so mit der grossen Aufmerksamkeit. Man merkt ja, wenn auch jetzt du in Thun aufgetreten bist, dann das war wie ein Magnet, aber viele Leute, die zu dir wollen oder dich hören wollen. Wie ist das für dich, da den Einfluss zu nutzen, aber trotzdem auf dem Boden zu bleiben? Ja, also erstmal, ich überschätze jetzt diese Zahlen nicht. Also weißt du, Leute, die wirklich, ich kenne auch ein paar Leute persönlich, die wirklich im Rampenlicht stehen, wo es wirklich um Millionen oder Hunderttausende geht, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also da bin ich, da überschätze ich meine Reichweite nicht. Und man darf nicht vergessen, mit dem positiven Feedback kommt ja auch das Negative. Und ich glaube, wenn man nicht so viel Reichweite hat, überschätzt man das Positive und denkt, das ist bestimmt toll, wenn dir da 500 Leute applaudieren. Ja, für 500 Leute, die dir applaudieren, schreiben dir aber auch 15 Leute böse E-Mails. Und unsere Psyche ist leider so, dass wenn dir 20 Leute sagen, das war ausgezeichnet und einer sagt, das war so ein Mist, merkt man sich das von der einen Person trotzdem stark. Oder so ähnlich wie in der Schule, du hast ein 1a, 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 1a oder bei euch ist es, glaube ich, andersrum. Aber du hast gute Noten, gute Noten, dann hast du eine schlechte Note und die schlechte Note merkst du dir stärker. Deswegen, ich glaube, emotional damit umzugehen, ist trotzdem nicht so einfach. Und wenn du die Verantwortung ansprichst, für mich ist es eine Überforderung, mir das komplett zu genau zu durchdenken. Weil ich bin kein Superheld, ich bin kein Heiliger. Ich versuche wahrhaftig zu sprechen. Und als Mensch bleibe ich auch hinter dem zurück, wie wir alle hinter dem auch immer zurückbleiben. Ich hoffe, dass das, was ich sage, Menschen im Leben tatsächlich hilft und dient. Aber ich bin nicht der Mittelpunkt dieser Botschaft und ich bin kein Heiland. In einem anderen Gespräch hat mal der Thomas Herry, Bestsellerautor bei uns in der Schweiz, in Aarau, hat mal das Bild gebracht von einem jüdischen Sprichwort oder ein jüdisches Bild, das sagt, dass man als Hirteleiter eigentlich einen Mantel trägt mit zwei verschiedenen Taschen. In einer Tasche das Gold und in der anderen Tasche das wäre wie Staub. Also in einem so das Exzellente, das auch zeigt, das spreche ich jetzt eher ein Leadership-Thema vielleicht an, das auch zeigt, ja, das ist der Grund, warum die Person vielleicht eine spezielle Begabung hat, aber dann auch wieder Staub zu streuen ab und zu aus dem Mantel und zeigen, ich habe immer noch die Gebrechlichkeit, die Schwächen, wie jeder andere Mensch auch. Ich fand das noch schöner. Ja, also ich muss das gar nicht aktiv streuen, das sieht jeder, der hinschaut, dass ich auch die Schwächen habe. Hoffentlich sieht man, aber ja, klar, wir sind alles Menschen. Ja, genau. Und jetzt bin ich schon beim Leadership-Thema und das war ja gestern Nachmittag, auch in Tun da mit Leiten und Lieben, was du gebracht hast. Und da ging es unter anderem um natürlich auch ein Thema, das dauernd bei dir vorkommt, die emotionale Ausgeglichenheit oder Heilwerden, Autorität des Seins war so ein Stichwort, das dir, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Ja, genau. Also grundsätzlich leben wir, glaube ich, im Westen in einer stark verkopften und leistungsorientierten Kultur. Das heißt, wir definieren uns durch das, was wir geschafft haben. Schau mal, wie schön mein Garten ist und wie gut ich gekocht habe oder was ich in der Arbeit alles geschafft habe und was ich dadurch alles habe. Oder auch durch unser Wissen. Schau mal, wie klug ich bin. Ich durchschaue das alles so. Und das gibt uns ein bisschen die Sicherheit, aber das ist eine Scheinsicherheit, weil das Wissen und das Können ist ja endlich. Wenn ich krank werde, du kannst einen Unfall haben, du kannst einen Schlaganfall haben und du kannst dich nicht mehr durch dein Wissen definieren oder durch dein Können. Und deswegen ist die Frage, was trägt uns im Sein eigentlich im Letzten? Das klingt auf den ersten Blick immer philosophisch, das Sein. Aber das heißt einfach nur, was bleibt von dir über, wenn du es tun und das Denken wegstreichst? Was bist du dann noch? Und wir Menschen spüren, ob jemand intuitiv spüren, ob jemand in seinem Sein was trägt oder ob es nur äußerlich ist. Und ich habe über die Seinsautorität gesprochen. Das ist, ich mache ein Beispiel. Jeder hatte in der Schule Lehrer, denen er intuitiv vertraut und auch gehorcht hat. Und dann gab es Lehrer, die keinen ernst genommen hat. Und die Frage ist, was ist der Unterschied? Und beim Boss ist es das Gleiche. Es gibt Leute, wo du weißt, da ist halt der CFO oder irgendwas, dann muss ich halt tun, was der sagt. Aber eigentlich hinter seinem Rücken nehme ich den gar nicht für ernst. Es gibt solche Leute und dann gibt es andere, die sofort Respekt haben von allen. Und das hat mit dem nichts zu tun, was jemand einfach nur sagt oder was jemand hat als Posten, sondern wer er ist. Und zu Menschen zu werden, die so authentisch aus dem rausstrahlen, wer sie sind, ich denke, das wäre so ein Ziel von einem authentischen, und auch von einem authentischen, geistlichen Leben, wo ich selber auch gern hinkäme, mehr und mehr. Das ist ja nicht automatisch. Genau. Und das, wie hast du es gesagt, das wäre dann für sich allein ein Thema, das, ja, es ist nicht einfach. Das ist ein Thema wahrscheinlich, da hast du schon mehrere Bücher eigentlich schon in diese Richtung dann auch weitergeschrieben. Ja, also es ist eigentlich schon ein einfaches Thema, es ist nicht kompliziert, aber es geht halt an unseren Wesenskern, weißt du, die Frage, wer bist du wirklich, und wie geht es dir wirklich, und wie sieht es in deinem Herzen wirklich aus, sind halt Fragen, die wir ganz oft gerne vermeiden, und dann flüchten wir uns ins Außen und ins Tun und die Ablenkungen, weil wir da eigentlich nicht hinschauen wollen. Aber früher oder später wird jeder von uns mit dem konfrontiert. Wir haben da das Buch aufgestellt von Eden Culture, war ja das Buch, das hauptsächlich auch verkauft wurde jetzt, bei dieser Tour, oder aktuell immer noch ist, auch ein Spiegel-Bestseller, hier ist es auch wieder nach oben geschossen direkt. Aber das hat mit dem Anlass wahrscheinlich jetzt zu tun. Wie auch immer, aber was mich noch interessiert, dieses ganze Thema Eden Culture, auch ein Eden-Fest habt ihr gefeiert, was ist da im Moment so der Stand, oder was erhoffst du dir da weiter? Also wenn wir davon sprechen, dass wir eine Eden-Kultur wollen, also eigentlich eine menschliche Kultur, die menschliches Antlitz trägt, dann kann man darüber nicht nur ein Buch schreiben, sondern das muss man erlebbar machen. Und ich bin ja nicht jemand, der das erfindet, sondern es gibt, also wenn Sinnverbundenheit und Schönheit, das ist ja meine Theorie, sind so die Grundbausteine einer menschlichen, positiven Zukunft. Es gibt ja unfassbar viele Menschen, die in dem Bereich schon tätig sind, sei es in Hilfsorganisationen, im Sozialen, sei es in Firmen, in anderen Institutionen, sei es Künstler, die im Thema Schönheit arbeiten und so. Und das Eden-Fest war der Versuch, einfach mal ganz viele Leute einzuladen, die das eh schon tun, und sich gegenseitig zu inspirieren. Und ich träume letztendlich von einer Bewegung oder von einem Netzwerk von Menschen, die sich verbinden, die sagen, wir glauben nicht, dass dieses negative, dystopische oder dieses rein maschinelle, diese verplante, maschinenhafte Zukunft, dass das das Einzige ist, was möglich ist. So ähnlich wie die ökologische Bewegung es geschafft hat, zu sagen, wir wollen nicht eine immer stärkere Industrialisierung, die die Natur kaputt macht, das ist total berechtigt, zu sagen, das Gleiche bräuchte es aber, finde ich, für das menschliche Herz auch, zu sagen, wir sind nicht bereit, jede Form von Fortschritt einfach nur abzuhaken, nur weil es jetzt die neueste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Zum Beispiel die, dass dreijährige Kinder iPad-Filme anschauen müssen, während sie essen, weil sie sich sonst auf die Nudeln nicht konzentrieren können. Also es muss möglich sein, zu sagen, nein, das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich nicht wollen. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Es ist völlig legitim, da was zu kritisieren und anstelle dessen zu zeigen, was könnte man denn sonst noch? Was könnte man anbieten? Was wäre ein positives Zukunftsbild? Und ich glaube, da gibt es super Ansätze. Was ich auch spannend fand, und ich meine, hier schliesst sich jetzt der Kreis wieder ein bisschen zu dem, was eben auch das Lust-auf-Zukunft-Thema war in deinem Vortrag, dass du gesagt hast, eigentlich glaubst du auch, dass am Ende es diese Leute sind, die wirklich vorangehen, wirklich leiten, die gerufen werden dafür. Es ist grundsätzlich so, eigentlich nur Menschen, die auch Hoffnung verkörpern und ausstrahlen, haben langfristigen Impact. Und das trifft sogar auf so ganz dunkle Zeiten zu wie im Dritten Reich. Also nochmal, ich predige nicht so einen simplen Optimismus, aber es waren zum Beispiel die Widerstandszellen im Dritten Reich, die, als das Dritte Reich dann zusammengebrochen ist, in Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland mit aufgebaut haben. Das Gleiche in Sowjetreichen oder in den ex-kommunistischen Staaten wie in der Slowakei. Es waren Dissidenten, die gar nicht davon ausgegangen waren, dass der Kommunismus kollabiert. Die einfach nur gesagt haben, aus meinem Gewissen, ich kann da nicht mitgehen. Es waren oft genau die Gleichen, die, als der Kommunismus kollabiert, das 1989, auf einmal in der Position waren, Zukunft gestalten zu können. Ich denke an Lech Wawasa in Polen und ähnliche. Das waren Menschen der Hoffnung. Und solche brauchen wir heute auch. Wow. Herzlichen Dank, Dr. Johannes Hartl. Also ich kann nur von mir sprechen und meiner Arbeit. Und da schließe ich mich gerne eigentlich dieser Eden-Culture an. Oder wir sind schon ein bisschen da verbunden durch die Arbeit. Wir nennen es ein bisschen anders, aber am Ende, das ist ja nicht das Entscheidende. Aber dass man das im Herzen trägt und ich bin sehr dankbar für die, ja, auch die Worte, die du dafür geschaffen hast eigentlich, durch Eden-Culture, durch die Vorträge. Herzlichen Dank. Gerne, danke für die Einladung. Ja, wenn auch ihr Interesse habt, noch mehr zu erfahren, geht doch gerne auf den YouTube-Kanal von Dr. Johannes Hartl. Da gibt es etliche Vorträge, wo das noch vertieft wird, was wir jetzt natürlich nur kurz angesprochen haben. Oder ich verweise gerne auch noch auf den Hope Business Club, der diesen Anlass organisiert hat in Thun. hope-club.ch Und dort ist auch noch etwas an Videomaterial verfügbar für kurze Zeit. Und danach kann man sich auch dort einfach vernetzen mit Geschäftsleuten, wenn man irgendwo in einen Austausch kommen will oder auch Herausforderungen hat und Hilfe braucht. Es gibt so Kleingruppen und so weiter. Oder auch der Hope Service ist noch der zweite Teil. Genau, das wäre es von uns gewesen für heute hier aus dem Fontys Shop. Schön, dass auch ein paar Leute hier direkt live zugeschaut haben. Und das miterlebt haben. Und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Und tschüss.